Who can't say Nice Schwanz Bros and Ladies Mein Name ist Rombier jetzt Wir haben ein kleines Giveaway gestartet auf Instagram Das können wir jetzt gerne hier einmal einblenden Die ein oder andere Person haben da mitgemacht So 20 Leute haben teilgenommen In Kooperation mit Platin Grasino Habe ich eine Rolex Dayjust 41 Mit blauem Ziffernblatt verlost Und diese Rolex befindet sich hier Machen wir nochmal Dings Motivationsmusik Das ist meine Uhr, brauche ich nicht Diese Uhr hier wurde verlost Der Gewinner Der Uhr Der wird hier gleich erscheinen Und ich glaube Er wird mit mir auch den ein oder anderen Tornado entzwirbeln Aber das ist noch nicht alles Warte ich muss zählen kurz 200 500 700 400 600 800 800 1000 Euro Für einen jungen Mann Muster Wester Kommen wir mal her Servus Servus Herzlichen Glückwunsch An diesen Kollegen Er hat fleißig mitgemacht Und er hat es sich verdient Von ganzem Herzen Ich würde jetzt ganz ehrlich sagen Wir ins Vögel noch alle erstmal einen Tornado Bevor es los geht Oder? Entzindet den Wir gehen weg davon Da ist schon der erste Sicherheitsabstand Jungs Was hat dich dazu bewegt dieses Gewinnspiel mitzumachen? Die Rolex Komm stell dich mal vor für die Kamera Fabi 21 Komm aus der Nähe von Stuttgart Was machst du beruflich? Schule? Ne ne ich arbeite im Einzelhandel Mit einer Rolex am Abend? Wenn da die Frauen kommen und Leggings kaufen dann läuft es besser oder? Ich habe mitgemacht einen Tag bevor es geendet hat Wir hatten an dem Tag auch Training Wir haben noch gesagt So ja Mein Jungs haben auch so Ja Ich habe auch gesagt niemals So gewinnt man da bla 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 Ein Kollege hat gesagt Ja safe fake Der gibt es an einen Kollegen Und so bla 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 Nächsten Tag wir hatten wieder Training Ich komme aus dem Training Ich sehe So Du hast mir eine Story markiert Und ich dachte schon So ja ok Wahrscheinlich ich habe gewonnen War ein klassees Gefühl auf jeden Fall Dann machen wir die Kippe aus Und dann gehen wir mal ganz kurz rein Das sind deine 1000 Euro Vielen Dank dir Schau mal auf jeden Fall Das ist ein sehr besonderer Abendmoment Bro das ist krass Du schenkst ihm grad ne Rolex Real Talk Dann gib mal dein linkes Handgelenk Einfach nur noch perfekt Ey Junge das ist seine erste Rolex Einfach nur noch perfekt KO 98 Dank nochmal Für die gute Abwicklung Ja krass natürlich so Erste Rolex Verkaufste? Keine Ahnung Du verkaufst die nicht oder? Ich behalte die erstmal auf jeden Fall Erstmal? Oder warte warte was heißt erstmal? Ich hab keine Ahnung Wie schenkst du deinem Sohn eines Tages Sieht schon heftig Auf jeden Fall So Mit 18 Ne Rolex Aber der ist ja 21 Aber egal Du skriptest wieder was Ey ey Gettel Was hat man da noch sehr geil ist? Sehr geil Sehr geil Mein Zahn ist abgebrochen Mein Jutster Mein Jutster 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 Ein Tornado für die Ehre oder? Auf jeden Fall Der Hirnmann wollte noch was sagen Ja ich wollte noch jemanden grüßen Erstmal natürlich meine ganzen Jungs Und meine Fans natürlich Und dann wollte ich noch Elena und Shaden grüßen Ich will so richtig schnell gehen Perfekt Sehr geil Sehr geil